Oh, da sind wir wieder. Oh, nein, warum heil ich mich denn jetzt? Ich habe mich verdrückt. So, hier waren wir. War ich in dem Haus? Ach, da ist so einer drinnen, oder? Oh, mein Inventar ist voll. Okay, was können wir wegschmeißen? Munition. Voll Munition, ups. Das weg. Nein, 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 nein. Das weg. Blenden-Munition brauchen wir auch nicht, ne? Das kann auch weg. Das kann auch weg. Dann kann das hoch. So, noch nicht ganz. Und... Das kann weg. Das einmal drehen. Jetzt müssen die hier reinpassen. Ja, perfekt. Bestätigen. Ja. Schöne Machen. So. Ich bin. Ich bin. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ja. ich bin auf jeden fall weg und kurbel ich kann mich gar nicht daran erinnern dass hier irgendwie so ein typischer ich bin weg schluss ich rausgehen so weg hier aber ganz schnell so tschüss das können wir auch wieder aufmachen tschüss ich bin weg ich bin da mal weg heisenberg warte mal hier war irgendwo da 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 okay warte wir sind wir schauen in diese richtung wir müssen den fluss entlang hier weg this way papa okay das hätte ich jetzt gerne aber dafür müsste ich ganz viel rausschmeißen so jetzt gucken wir erstmal wegwerfen wegwerfen ja teil ausrusten einwand daran was ist das mag man nicht wegwerfen niedrig das müssen wir nicht wegwerfen okay wie viel platz nimmt die okay wir nehmen schon ordentlich platz ein ne so dann tun wir das mal eben verschieben nein 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 das muss die müsste rein theoretisch da rein passen mal gucken jeder dinge mal ja aber ganz genau ne aber ganz genau was die bestätigen niedrig mal wieder ein niedrig was wird es okay ach die kugel haben wir ja den brunnen haben wir ja schon hier nicht noch irgendwie was mit die trächt die trich die trich mietrich ja da können wir jetzt den die trich loswerden toll super ist ja richtig geil ja 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 nehmt ganz schön viel platz weg hier ne ok ja gut dann machen wir das einfach so ja ja aber warte 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 wir gehen jetzt öffnen zum duke zum duke ich stecken hier eine flakon rein einmal den shop öffnen ach entschuldige äh ankauf so heiliger schädel genau dann weg damit ja haben wir auch mit die trich brauchen wir nicht so das ist die hier ne die kann weg die nimmt nur platz weg die behalten wir mal die behalten wir sowieso die kann weg weg die behalten wir auch die behalten wir auch die behalten wir auch die kann auch weg bestätigen das gehörte wo die schönheit des protesten wir haben wohl ein guter titel dafür so die ist komplett hoch ne machen wir mal ein bisschen hier diese hände sind geschickter als sie vielleicht aussehen so eine einfache modifikation ist sofort erledigt wenn du willst kann ich deine waffen aufrüsten gegen eine kleine gebühr versteht sich und damit entgeht ihr wirklich gar nichts mehr kauf einmal als neu ich weiß wir könnten auch so bestätigen wir kaufen mal drei davon die bräuchten wie viel haben wir davon okay ähm was ist das kann immer wieder lang wird einen einkauf ja ich kann nichts von machen ok ja schönen tag bis dann gehen wir mal jetzt richtung heisenberg 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 jetzt kann man das fleisch hier auch aufnehmen sehr schön this way the show must go on ok gut the show must go on ja wird wohl der schon so sein ne so viel glück ok danke hm 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 was ne dekoration ne also aber naja wer drauf steht der soll sie bekommen so unser grüßes komitee hätte ich jetzt echt nicht gebraucht so ich muss auf jeden fall die mit dem feuer zuerst erledigen ah 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 fuß warte mal warte mal ich habe ja noch einen sniper ne warte mal inventar inventar ausrüsten schnellzugriff schnellzugriff hier machen wir mal hier so müssen wir gleich nur ändern tschüss so da steht auch einer den machen wir auch so guck mal hier sniper können wir neigen können wir ach guck mal kohle meine gute hallo schönen guten tag weißt du liegen sehr schön so man muss denn nur direkt den kopf wegballern na 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 da hast du hässlich alter tschüss na wir wollen doch nicht na wir wollen doch nicht wir wollen doch nicht nein wir wollen nicht er müsste gleich eigentlich auch nur so ein riesen körper auf tauchen aber stirbt jetzt stirbt doch mit wenn wir auch mit wir wollen eigentlich die hier jetzt in den schnellzugriff rein perfekt also ich würde nach so einem schuss nicht mehr aufstellen wir müssen da hoch wie kriege ich dieses tor machen wir jetzt wir müssen hier hoch ich bin und dann müssen wir das machen ja ja Stirb! Sehr schön. Noch irgendeiner, der Mucken machen will? Ach, du willst noch Mucken machen? Gut. Okay, dann komm hoch. Okay, perfekt. Alle tot? Auch tot? Ach, die gehen mir auf den Sarg. Ich will ja immer aufladen hier. Nachladen meine ich, nicht aufladen. Ich komm gar nicht zum Nachladen hier. Ja komm! Komm! So. So. Wir müssen da hoch, ne? Hier ist die Leiter. Du, 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 du. Wir machen jetzt viel weiter auf. Sehr schön. Und jetzt kommen wir rein. Hm. Ich bin... Ich bin... ... ... ... ... ... ... wir können auch gleich mal speichern einmal gespeichert jetzt haben wir richtig spaß muss ich habe gehört hier findet eine party statt das muss ihr nest sein ja wollen aber zum partner hallo meine freunde warte mal so tschüss tschüss alles mitnehmen was geht hier direkte headshot verteilt das beste was du machen kannst ja das war kein headshot aber war auch nicht wirklich okay perfekt darf ich jetzt meine ruhe nachladen hier dankeschön weil die verbraucht schon zu sind automatischen laden einmal grill party war alles aufnehmen und was haben wir denn hier schön nehmen wir auch mal mit ab in die höhle des löwen wo willst du denn so er war auch mit so und schweinebacke so sehr schön so oh mein gott sie sind halt echt mega gut im klettern die viecher ne das ist äh aber wo kommt ihr denn alle her so so reich jetzt hier mit dem kindertheater hier ja ja du auch hier mit deinem pfeil und boh legula oh fuck ok ähm wir brauchen die rohrbombe rohrbombe ok ich hatte nur eine rohrbombe null ok komm hab ich hab ich hab ich spielt nicht mit mir ihr spielt alle nicht mit mir ich mach euch platt ich mach euch platt ich hab euren boss kaputt gemacht also na gut euren euren dicken boss hier oh cool nehmen wir auch mit sehr schön sehr schön nehmen wir alles mit ne so sehr schön ob ich stress habe nein quatsch ich hab doch keinen stress hier ich freue mich auf heisenberg ich freue mich so richtig auf heisenberg aber uns steht leider noch eine prüfung bevor wir müssen gegen kranzelbart kämpfen naja aber den haben wir auch ziemlich schnell erledigt das ist gar kein problem so ja ja ach so ja ja ich bin durch ich bin hier doch hier durch ja ich bin und ich bin wir machen da komische spielchen ganz komische spielchen wollen wir nichts mehr zu tun haben mit solchen leuten da wir aber jetzt gleich am besten diese in den schnellzugriff packen sollten so perfekt wir sind an der speicherung direkt auch am ende der folge morgen die nächste folge kommt dann morgen oder ich weiß gar nicht bei welcher folge wir sind aber egal in die nächste folge kommt